Luchse vs. Füchse. Jetzt wird es wild. Es ging um alles oder nichts. Trotz des unglaublichen 24 zu 22 Hinspiel-Sieges der Spree-Füchse müssen sie sich im Fuchsbau im zweiten Relegationsspiel gegen die Luchse aus Buchholz-Rosengarten mit 25 zu 27 geschlagen geben. Es ist einfach super schade für die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, dass man das jetzt einfach nicht mehr geschafft hat. Wir haben hier mitgehalten, wir haben das Hinspiel mit zwei Toren gewonnen und am Ende sind es wirklich zwei Tore waren es jetzt, die den Unterschied hier gemacht haben. Die ersten 30 Minuten ist es eine ausgeglichene Partie. 12 zu 12 der Pausenstand, doch nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit wirken die Füchse wie ausgewechselt. Mit dem festen Vorhaben, sich den Sieg und damit den Aufstieg zu sichern, rissen sie ein wahres Torfeuerwerk ab. Das aber lassen die Luchse nicht auf sich sitzen und holen mit einem 5 zu 0 Lauf wieder auf. Die Füchse nun durch den Punktestand leicht in Panik und erzielen durch überalte Angriffe keine Tore mehr. Zehn Sekunden vor Schluss gelingt es dann zwar noch ein Tor zu werfen, doch da ist der Verbleib in der zweiten Liga schon besiegelt. Ich darf mir einfach die Worte und man ärgert sich über sich selber, dass man heute nicht die Leistung gezeigt hat, die man hätte zeigen können. So endet eine harte Saison, die von Verletzungen begleitet war. Und auch die Profikarriere von Fabien Kunde, die sich einen anderen Abschied gewünscht hätte. Jetzt habe ich echt ein bisschen leer, mir fehlen die Worte. Natürlich hätte ich mir einen für besseren Abschuss gewünscht, einfach mit den Mädels. Davon lassen sich die Füchse aber nicht runterziehen, denn in der nächsten Saison geht es weiter. Nächste Saison werden wir auf jeden Fall das gleiche Ziel haben. Noch mal eine Schippe drauflegen, wahrscheinlich Vorbereitung noch mal härter. Und hoffentlich sind wir dann auch nicht mit so vielen Verletzungen geplagt in der Saison. Und dass wir da auch hier mit der Vollmannschaft dann weiter das Ziel verfolgen können. Jetzt geht es für die Mädels erstmal in die Sommerpause. Kräfte tanken für das nächste wilde Spiel im Fuchsbau. Kräfte tanken für das nächste Jahr. Kräfte tanken für das nächste Jahr. Dann schießen Sie im Fuchsbau. Kräfte tanken für das nächste Jahr.